In der Erfindung des Tauchgeräts vorhin können wir in die Unterwasserwelt ein Tauch der Lebewesen anschauen, die dort... Delfine sind uns schon recht vertraut. Doch alles, was sich unterhalb der Oberfläche abspielt, blieb uns lange verborgen. In den letzten 20 Jahren, seitdem ich tauche, hat sich hier vieles verändert. Mittlerweile müsste allen klar sein, dass unsere Ozeane gefährdet sind, auch deshalb, weil Menschen...